Moin Leute was geht und herzlich willkommen zu einer anderen Folge von Blacklight Edition mit mir den Showbox und dem Sergeant Cooler. Moin. Und wir spielen wieder Challenge und diesmal die Sneaky Beaky Like Challenge mit der Silent Light Pistole ohne Scope und der Barrikade MK1 unterwegs auf schmalen Maps. Und mal gucken, was wir reißen können. Genau, ich bin auf jeder Deck. Magrass ist noch mit dabei. Und wir haben eine Leichtpistole mit Schalldämpfer. Ja, und das ist richtig geil mit Schalldämpfer. Wir rushen jetzt halt durch die Gang. Das macht dann halt so das Feeling. Komm, mach ihn. Hast du ihn gemacht? Naht nach, Jungs. Hast du nicht gemacht? Na, ich muss nachladen. Auf jeden Fall haben wir uns vielleicht so gedacht, dass wir eventuell jetzt oben den... Bereich bisschen abriegeln mit unseren Barrikaden und dann mit unseren... Wir können uns auch nicht entscheiden, welche Grauen wir draufpacken, weil irgendwie alle geil aussehen. Ich weiß nicht. Wo bist du? Ja, ich mach ihn. Nee, da kommt einer hoch. Ja, ist einer oben. Ich bin fast da unten. Oh, Jesus. Da kommt noch einer. Da kommen richtig viele. Raus. Nee! Oh Gott, ich wurde gekillt, Alter. Ich hab total meine Ausrüstung verkackt, Mann. Ich hab so viel umgeswitcht. Ich mache sonst so viel mit Granaten und allem, das kann ich nicht mehr machen. Oh, überlebt du das? Ach, nee. No, das wirst du nicht. Oh, der kommt nicht, er kommt nicht, er kommt raus. Ja, nice, danke. Der ist um die Ecke, oder? Der Schatten, ja. Oh, da hab ich reingeswitcht. Hab ihn bekommen. Da sind noch zwei. Der kommt raus. Ja! Nee, mach das! Was? Komm mal! Ich kann nicht. Alles klar, Jungs. Der ist nur noch der ein Typ drin, der kämpft. Ach, nein. Ich hab keine Muni mehr und bin noch verreckt. Der ist Half-Life. Der ist Half-Life. Egal. Ja, das ist aber schwierig, weil bei mir ist es dann manchmal so, dass wenn ich so richtig viel drücke, dass ich dann irgendwie... Ich weiß nicht, ob ich vergesse, dann weiter zu drücken, oder? Ich... Es geht dann einfach nicht schneller. Der Kiff mit Feuer mit Kiff-Munier reinpumpen. Oh, fuck, oben wurde annektiert, Alter, übelst krass. Das war ein Puschen. Der ist echt annektiert. Dann komm mal mit. Komm mit. Warum gehst du bitte da lang? Erklärung. Oh! Hitshot! Wow. Oh, nee! Oh, hab ihn gekillt! Fuck, da ist noch einer! Oh, warte. Hier sind noch zwei jetzt. Einer kommt jetzt gleich raus. Ah, du bist auf der anderen Seite! Sehr gut! Jungs! Was ist denn das? Der kämpft! Von der anderen Seite. And nach oben. Ich bin Zweiter, nur mit Light-Pistol. Kann man mal machen. Ach, guck mal wie der durchzieht. Alles klar. Das Magazin ist jetzt auch dezent begrenzt bei der Light-Piste. Och, Junge. Ich werd grad ein bisschen am Spawn ein bisschen weggemacht. Aua! Ihr könnt wie gesagt auch immer eure Challenges in die Kommentare schreiben. Ja. Und gerne eine Kreativität-Challenge. Und könnt gern mal ähm... Ich weiß nicht. Es ist halt immer ein bisschen ungünstig, wenn halt dann mehrere Challenges mehrmals vorgeschlagen werden. Ähm... Auch für die Neuen dann, wenn die nicht wissen, dass die schon mal dran waren oder so. Aber... Genau. Denk euch was Kreatives aus, dann dürfte das nicht so vorkommen, dass die doppelt sind. Alter! Aha! Ich hab... Mann! Warum gehst du den nicht? Diesen... Alice in Bones. Der heißt Alice in Bones. Ja, auf jeden. Alles klar. Kann man machen, oder? Okay. Wollen wir jetzt hochgehen oder was? Wir haben Auftrag. Wir haben Auftrag. Wir müssen nach oben. Groann! Alles klar! Vor allem der Recall! Recht. Vor allem der Recall ne, das ist auch Recall Aubrey... 好吃! Der mit Seim... Wie soll ich mit dem H.S. jetzt hier? Haben die jetzt einen? Nice! Oho man! Dann! Der haben spawne'n den H.S. Bist du oben? Oh es ist echt so, krass. Bist du oben? Nee ne Czy. hic' mir deswegen noch gekst Dub. Puuuuua Lit. Jetzt wirds ungemütlicher! Oh, 100 hits hat er gefressen. Ne, da ist schon hier. Block mich doch nicht, du Scheiß-Humsohn, Mann. Du standest vor mir und hast mich geblockt. Ja, irgendwas hat dich geblockt und dann hast du mich geblockt. Alles klar, Showbox, klar. Jetzt nach oben. Oder nach hinten. Komm doch jetzt einfach nach oben, sag doch nicht nach oben und dann renn woanders hin. Oh, Allison, bei uns gib die Quickshots. Showbox, oben wird jetzt annektiert von uns. Ja, bist du oben? Das ist annektiert, annektiert. Mach Barrikade. Bitte, mach einfach. Oh, ich mach hier. Die kommen gleich alle hoch. Oh, wir sind sicher, Showbox. Die kommen alle hoch hier. Oh nein, da hast du, oh, schön. Aber wenn die Hs hochkommt, dann haben wir ein Problem, gell? Ach, der kommt nicht hoch. Wenn ich, wenn wir jetzt die verrecken, dann haben wir ein Problem. Da kommt beide jetzt hoch. Alles klar, können wir das. Ich habe es sitzt. Ganz ungezweifelt. Wow. Weißt du, wie viele es sind? Die durchbrechen, dass der in der Mors ist. Lauf doch, oh mein Gott. Er hat den Hit-Trek des Todes gefressen. Es kommen jetzt gleich einer rein. Ist der andere drin schon? Nee, nicht. Okay, oder doch. Ich weiß nicht, ob der andere drin ist. Einer Snip-Ort. Einer Snip-Ort. Einer habe ich. Ich komme. Ich bin unterwegs. Ich habe den Sniper einen Headshot gegeben. Und? Oh, den auch noch? Jungs, das war gerade eine gute Aktion. Die sind ja auch gerade am pushen. Alles klar. Was? Was? Ich habe keine, ich habe keine, äh, ja. Oh mein Gott, er muss nachladen. Oh mein Gott, gut, er muss nachladen. Renn bitte, renn einfach, bitte. Ja, die sind oben. Maga-Gas ist noch oben, Maga-Gas ist noch oben. Ich habe wieder Muni. Sehr gut. Das erinnert mich manchmal so wieder an Payday, ne? Ja, irgendwie schon. Achtung. Ey, das kann ja nicht wahr sein. Oh, leid. Ach, schade, ich habe mal. Ich bin Erster. Also, die Touren nicht schnell vorbei wären. Alles klar, Jungs. Oh, nice, Erster. Ja, das stimmt. Oha. 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 Alles klar. Da wurde unser Team leicht gefickt, aber so wurden die meisten zu leichten, äh, Zielen, ja? Oh, das war echt geil. Wir haben oben richtig annektiert, haben wir das alles eingenommen. Ja, auf jeden Fall. Gut, Jungs, würde ich sagen. Ganz ehrlich, ziemlich geile Runde. Und sehen wir uns gleich in der zweiten. Bis gleich. Bis gleich, hallo. So, Leute, sind wir in der zweiten Runde. Oh, ja. Und wir haben uns entschieden, dass wir das eigentlich nochmal machen, weil das halt eigentlich recht gut funktioniert hat. Und das ist das Feeling, ich weiß nicht, wie es euch geht. Oh, Leute, wir sind auf, nein, wir sind auf unterschiedlichen, nein, man, noch nicht in unterschiedlichen Teams. Tja, das ist ungünstig, aber egal. Mit dabei sind jetzt auch noch Draco und Jack. Aha. Genau, mit dabei sind jetzt noch Draco und Jack. Fasen wir die mal auf Entfernung mit der Leitkriegenrevel. Äh, ja, gut. Ja, gut. Mal gucken, wie es jetzt so läuft. Aber ich finde halt, oben da kann man sich jetzt auch wieder, also heißt, oben da diese Plattform hier, sonst was. Oja. Trakus auch mit in meinem Team. Alles klar. Ja, krass, Leute. Wenn ich jetzt hier sowas... Krass. Krass. Hm. Hm. Alles klar. Hat man da auch nichts gebracht. Ah. Das war jetzt aber ganz schön lucky. Ach, Mann. Ach, Mann. Aha, Maffelbogen. Weil wir am Anfang nicht gezielt haben, Mama. Mama. Hatt. Du hast das Werkrad falsch konjugiert. Hä, wie ich falsch gezielt habe. Alles klar, Jungs. Ach so, den hole ich mir. Den hole ich mir. Den hole ich mir. Ach, mein Gott. Da muss man aber echt manchmal richtig die Maustaste penetrieren. Loll. Ah, nice, okay, ich bin in deinem Team. Hatschäle dich. Sind wir erstmal vier Beat-Mitglieder? Hm. Läuft bei uns? Eigentlich fünf, weil... Also wie gesagt, wenn ihr in Beat reinjoinnt, könnt ihr euch gerne reinschreiben, aber ich kann euch halt momentan nicht hinzufügen, weil das irgendwie bugt, dass... Cooler stirbt. Man kann keine kleinen Erladungen versenden. Deswegen... Weiter rede ich jetzt fünf Beat-Mitglieder. Ja gut. Ja gut. Oder noch viel, viel mehr, wenn ihr halt auch in Beat wolltet, aber das ist ja momentan noch ein bisschen buggy. Ja. Fix den, Buggy. Hol' mal uns den da. So, Cooler, was schaffst du denn so vor wie der letzte Mongolianische Küchenhilfe? Ich pushe mit meiner Küchenhilfe. Was? Mongolianische Küchenhilfe? Alles klar, Showbox. Ach man, der kämpft ja immer mit seinem LMG jetzt aus der letzten Runde. Nein. Der sprayt durch. Guckt euch mal mit dem Geekoll an. Oder den Hack, oder ich weiß nicht. Von zwei Seiten, Mann. Okay, wir müssen wieder zusammen vorrücken. Cooler, wo bist denn du schon wieder? Du hängst schon wieder an allen sieben Bergen. Hä? Ich schildere jetzt mal. Schildere, ich komme hinter dir, ich bin hinter dir. Ich komme hinter dir. Wir annektieren wieder oben. Ja, echt jetzt mal. Wenn ich das jetzt hier so hinpflanze, warte. Alles klar, Barrikade. Oh, das ist sehr gut, wenn da oben jemand wäre. Oh, da ist sogar jemand. Oh, da kommt jemand hoch. Da kommt jemand links. Hilfe. Oh nein, ich kann alle geschüssen. Die kommen rein, die kommen rein. Draußen auch. Aha, drin, ist drin. Hoch, wieder, hoch, wieder, hoch, wieder. Junge, ich hatte gerade den Trigger-Bot. Den GK hatte ich. Den nicht, schade. Ja, okay, schade. Ich bin trotzdem erster, Pulsiv. Aha. Ich werde es versuchen nach. Ihr könnt das ja gerne mal ausprobieren. Also einfach, ähm, die Leichtpistole. Letztendlich ist der Suppressor und die Barrikade jetzt auch nicht so wichtig, aber das Feeling. Wo bist du? Das ist schon wieder tot. Nein, der ist auch verstanden. Alles klar, kein Hit. Da hinten. Früber. Alles klar. Mann. Manchmal denkt man so, ja, die stehen da ein bisschen auf K rum. Machen sie demnach dann nicht. Oh, hier, hab einen. Jetzt hat er so einen HS. Nein. Scheiße. Okay, die haben oben übelst krass eingenommen. Wow. Der Leichtpistole mit Schalter für what the fuck? Ah, das meine aufgehoben. Showbox, hier ist, äh. Ja, da ist einer. Ja, schön. Oh, sehr geil. Die müssten wir oben jetzt übelst Unterstützung leisten. Nein, nicht tot. Krasse Unterstützung, erst mal. Ich dachte, ich pushe den jetzt mal um. Der gibt mir einen Schuss. Einen Headshot. Ja, normal. Ja, auch komisch, wenn es einen Schuss, zwei Headshots werden, ne? Das wäre auch nicht schlecht. Aua. Ach, nee. Bist denn du? Leute, du wachst bei mir. Du stehst bei mir da, aber ich... Ah, du bist auch wieder bei mir tot. Was? Was? So, jetzt. Klappert der Kunde. Immer noch, gut. Ich halte was. So. Alles klar. Dieser Altrip und dieser, mhm... Läm-mel-le. Lamelle. Lamelle? Lamelle heißt er. Lamelle! Lalo Lamelle! Ähm, auf jeden Fall. Schau, ich bin um. Jetzt wird hier annektiert. Jetzt wird annektiert. Jetzt, jetzt, jetzt. Ich hör's, ich hör's. Nein! Nein! Da noch einer kommt! Lachhaft. Ich kann nicht mehr dazu sagen, als lachhaft. Denn es ist nicht anders. Dieses Sneaky Challenge macht zwar ultra fun, aber dieser ultra hard. Oh ja. Machst du den da mal weg? Läu, wie du gestorben bist, hast du die Granate lächst? Ne, ich bin dadurch den Typen oben gestorben. Ich bin da ein bisschen offen rumgelaufen. Ey, oben ist keiner. Aber oha, ich bin hier grad in letzter Zeit. Also am Anfang lief's ganz gut. Ja, ja. Jetzt erst. Oha, oha. Oh, fuck. Och! Manchmal denk ich mir nur so... Schubuckst du Huren. Hab ich jetzt schon wieder gemacht? Hab ich ihn überholt oder was? Ja gut, das kann ich natürlich jetzt mit der Leitpiste... Was macht denn Jack? Da muss ich mir jedes... Jeden Platz gönnen. Oh, sehr gut. Okay, den macht. Danke. Der Trip wird jetzt wegpenetriert. Oh, fuck. Da hinten steht einer. Ey. 36 HP. Nee, Jungs. Nee. Nee. Ach, guck mal. Beat ist alles zusammen. Och, Assist. Was ist denn das jetzt schon wieder? Ich opfer mein gesamtes Leben und ich krieg ein Assist. Ah, denn... Und dann haben wir die Feuermonie. Äh, die Giftmonie. Und dann die Giftmonie. Da sind wir die Röschen. Die Röschen. Oh, oh, oh. Warum drückt der immer einen Headshot? Nee, das ist schön, dass wir voll schlecht geworden sind und so. Naja, das ist immer bei den Challenges so. Ja, ja. Da planiert man sich. Oh nein. Jeder Challenge schneidet man... Schleidet man. Oh, ich schreff noch nichts von der Entfernung. Was bin ich denn für ein Mongoneser? Und Kula geht hoch. Und macht ihr die beiden? Nee, macht grad gar nichts. Der Scheiß-Huren so verwendet. Nein. Und der Scheiß... Da muss man es einfach mal sagen. Also theoretisch hätte ich jetzt ein 6-10. Ja gut, hab ich gesagt. Theoretisch hätte ich ein 23. Ja, theoretisch schon, ne? Aber da wir jetzt praktisch... Das ist eine gespielt, aber... Ist eine geile Challenge gewesen, oder? Auf jeden Fall. Also ich fand... Die ist ultra kreativ gewesen. Und mal... Das gemacht, ja. Zu seinen zu spielen, wäre ich nie auf die Idee gekommen. Nee. Macht fun. Ist fun, genau. Mehrfach... Wenn ihr kreative Challenges habt, oder einfach mal gedacht habt, jo, könnte man mal spielen, dann schreibt es als Challenge in die Kommentare. Gerne, gerne. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst es eine positive Werte unter. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, Leute. Haut rein.